Dass die Talente-Schmiede im Innviertel seit nunmehr mehr als 50 Jahren Innovation lebt, bezeugen zahlreiche Preise und Ehrungen, die die HTL Braunau in den letzten Jahren erhalten hat. Mittlerweile wurde sie beim Bundeswettbewerb Jugend innovativ bereits zum zehnten Mal zur innovativsten Schule des Bundeslandes Oberösterreich gekürt, ein neuer Rekord. Mit der Teilnahme am Staatspreis Innovative Schulen setzte die HTL Braunau noch eins drauf und kürte sich zur innovativsten HTL Österreichs.